Mit zusammengebissenen Zähnen trat er in den Lichtkreis. Wasser blubberte in einem eisernen Kessel, der an einem Dreibein über den Flammen hing. Daneben hockte eine Gestalt in einem Umhang, deren Gesicht von einer Kapuze verhüllt wurde. »Grüße.« Es war eine weibliche Stimme. Die Frau schlug die Kapuze zurück, und im Licht der Flammen schimmerte das Silber in ihrem Haar Kupferfarben. »Milady«, begrüßte Evnys Rhin, die Königin von Cambron. Angesichts ihrer Schönheit verschlug es ihm den Atem. Als sie ihm lächelnd die Hand hinhielt, bildeten sich Fältchen in ihren Augenwinkeln. Evnys trat zögernd vor und küßte den Ring an ihrem Finger, der sich kalt anfühlte. Die Königin roch süßlich, rauschend. »Noch ist es nicht zu spät.« »Du könntest umkehren.« Sie legte ihm einen Finger unter das Kinn und hob seinen Kopf ein wenig an. Sie standen so dicht voreinander, dass er ihren Atem auf seinem Gesicht spürte. Er war warm und roch nach Wein. Evnys holte hastig Luft. »Nein, ich habe nicht zu gewinnen, wenn ich umkehre.« »Dies hier ist meine Chance.« Das Gesicht seines Bruders tauchte in seinem Kopf auf. Lächelnd, gebieterisch, herrschend. Dann das seiner Mutter, mit spöttisch verzogenen Lippen, urteilend, abwertend. Macht und Ansehen zu erlangen. »Ethin hat eine Ehe für mich arrangiert. Mit der Tochter des ärmsten Barons in ganz Ardan, glaube ich.« »Ist sie denn wenigstens hübsch?« Rien lächelte immer noch, aber ihre Stimme klang scharf. »Ich habe sie nur einmal getroffen.« »Nein, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie sie aussah.« Er warf einen Blick auf den Kessel über dem Feuer. »Ich muss das tun. Bitte.« »Und was bietest du mir als Gegenleistung?« »Das ganze Reich von Ardan. Ich werde es regieren. Und mich dir beugen, meine Hochkönigin.« Sie lächelte mit blitzenden Zähnen. »Das gefällt mir.« »Aber es geht um mehr als nur um Ardan. Um sehr viel mehr. Es geht um den Götterkrieg. Um den fleischgewordenen Asrod.« »Ich weiß,« flüsterte er. Seine Angst schien fast eine lebendige Kreatur zu sein, die von seiner Zunge troff und ihn zu erwürgen drohte, die ihn aber auch erregte.« »Aber es geht um selbstverständlich.« Vielen Dank.